Guten Morgen ihr Lieben, ich hoffe euch geht es gut. Wir haben jetzt mittlerweile kurz nach 8. Wir sind jetzt aufgestanden, ich mache gleich Frühstück. Später möchte ich das Kinderzimmer vielleicht umstellen und ein paar Spielzeuge aussitieren. Da werde ich euch heute mitnehmen. Mein Kleiner hat schon Hunger. Ich habe schon ein bisschen Trisch vorbereitet. Er macht sich schon selber Butter drauf. Schatz, hast du schon Hunger, mein Schatz? Ah, süß. Esst mir gleich erstmal. Und dann mache ich, muss ich Wäsche machen. Und dann will ich das Kinderzimmer irgendwann mal gegen Mittags, denke ich mal, umstellen und das Spielzeuge aussitieren. Dann werde ich euch mitnehmen. So Leute, jetzt werde ich erstmal das ganze Kinderzimmer hier aufräumen. Die Spielzeuge aussitieren, die Hälfte in den Keller bringen. Dieses Bett habe ich auch, will ich weg machen. Erstmal eine Spielecke machen, da er jetzt sowieso noch mit mir schlägt. Will ich ihm später ein anderes Bett kaufen. Ja, und jetzt fange ich gleich erstmal an. Guckt euch das mal an, alles. Das ist viel zu viel. Und auf dem Schrank, da muss das auch alles weg. Der Kleine hoffentlich hilft dir mit. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020